Ja, hallo, was ich euch an folgenden zeigen werde, solltet ihr nie im Leben versuchen anzuwenden. Wir machen es aber deswegen mal, weil wir ein bisschen was Größeres vorhaben. Und zwar löschen wir gerade einen Web-Server. Warum löschen wir diesen Web-Server gerade? Das könnte ich euch gerade mal zeigen. Okay, wir haben es in den Formen. Jetzt werden wir mal auf die Stoffen geben. . 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 Vielen Dank.